Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand – Angebote für Messebau. Wer viele Fahrzeuge auf der Straße hat, der muss sich auch drum kümmern. Große Unternehmen machen das mit einem professionellen Flottenmanagement. Etwas kleinere Unternehmen kriegen da jetzt Unterstützung von VW. Herr Hornkohl, wie soll das passieren? Genau, wir von Volkswagen Nutzfahrzeuge bieten unseren Kunden jetzt eine neue Möglichkeit mit Reconnect Fleet ein effizientes Flottenmanagement für kleine bis mittelgroße Gewerbekunden an. Das heißt, Sie haben eine digitale Plattform dafür aufgebaut? Genau, wir haben eine Plattform für den Flottenmanager aufgebaut, wo es möglich ist, sich über das Webportal anzumelden. Können Sie es mir mal zeigen? Sehr gerne. Also, wenn wir uns das Portal mal betrachten, das können wir im Internet aufrufen, da kann der Flottenmanager sich anmelden, dann sieht er sofort, wo sind meine Fahrzeuge. In dem Fall haben wir fünf in Hannover stehen, eins in Düsseldorf. Und wir sehen hier jetzt die Fahrzeuge, die der Flottenmanager eingeflottet hat. Wir können nicht nur VW-Nutzfahrzeuge und PKW einflotten, sondern wir sind auch mehr markenfähig. Wenn ich einen Mercedes habe, darf ich den auch da reinstellen? Und zusätzliche Key Features sind einmal das Führen eines digitalen Tankbuches und eines digitalen Fahrtenbuches. Dann habe ich da alles, was ich für den Betrieb der Fahrzeuge brauche? Genau. Einfache Darstellung, alles was Sie brauchen. Vielen Dank. Gerne. 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 Gerne.